Hallo, ich bin der Game Mob und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt Teil 175 oder wie war das nochmal? Moment, ich hab's verpeilt. Nein, 76 war's. Hm, jetzt stimmt's. Leute, wird jetzt vielleicht ein bisschen was auffallen, dass vielleicht die Stimme anders klingt, man weniger Hintergrundrauschen hat, dass sonst ein paar Sachen ein bisschen anders wirken könnten, zum Beispiel farblich. Das liegt daran, dass ich jetzt mal Testweise mit OBS Let's Plays aufnehme, weil ich ja schon OBS für mein Zelda Machos Mask Let's Play benutzt habe und eigentlich doch ziemlich zufrieden bin. Und ich mir gedacht habe, es wäre vielleicht einfacher für mich, dann könnte ich auch etwas besser Teile aufnehmen, da ich weniger Nachbearbeitung machen muss, wenn ich nicht einfach alles darüber mache, weil ich mit meinem Setup ja das letzte Mal Probleme gehabt habe. Aber das wird man jetzt sehen, deswegen ja. Wir sind immer noch hier im Anwesen von den, von Everwrex und ja. Ich muss kurz die Steuerung umstellen, weil das vergesse ich immer. Ich habe jetzt auch herausgefunden, warum tatsächlich die Bäume im Spiel so spacken. Okay, ja ich weiß, spacken ist kein netter Begriff, aber warum die Bäume so rumzucken. Das ist bzw. ich weiß woran es liegt, aber es gibt dafür noch keine Lösung. Aber man hat zumindest herausgefunden, was der Auslöser dafür ist. Und zwar ist es so, ich benutze ja, ja, ich benutze ja den Mesa 3D Treiber, ist ein Open Source Treiber. Und die Version, die ich benutze aktuell, wurde mit LLVM Version 7 kompiliert. Das ist so eine Kompilierungsmodul-Geschichte, da kenne ich mich nicht so schlecht aus. Aber wenn man das benutzt, habe ich dieses Problem mit den Bäumen. Ja, woran es liegt, weiß man noch nicht, aber man weiß, dass es daran liegt. Aber naja, gut. Es läuft auch das Spiel besser, nachdem ich Luthers mal wieder installiert habe, frisch unter anderem so. Und ja, ich habe jetzt eine neue Maus und deswegen kann ich wieder Seitentasten belegen. Unter anderem war das das Falsche. Ah, dich wollte ich. Wunderschön. Ich wollte eigentlich das anschauen. Was zur Hölle war das? Warum kriege ich keinen Hinweis, dass ich mir das Skizzenbuch anschauen kann? Ich habe noch nie das Inventar geöffnet, deswegen gibt es dieses Problem. Muss ich bloß sagen, ja, weil er doch die ganzen Sachen wieder einbinden muss, quasi die Shader Caches sich festlegen. Hä? Ich habe doch was aufgenommen. Ah, hier. Ach so, das kann ich mir gar nicht genau anschauen. Hätte das sein können. Aber ich denke nochmal, mein Skizbuch heißt für mich, äh, ein Buch mit Skizzen. Ofer ich hat Kiritisch gesent. Er droben. Das brauche ich X2, das brauche ich X4, das brauche ich X2. So. alles meines ich habe das gemacht was ich ich auch ich habe das mal zum testen wie flüssig spiel läuft was ich immer mache und zwar es ist die taste ist was die taste die war genau nein er war für dinge können auch mal einfach meditieren muss ich wieder an die störung gewöhnen weil ich ja jetzt wieder mehr tasten an der maus habe das heißt ich zurück hier drauf haben wir wieder mhm tidy and everything is clean ready for a meal to be served caretaker must still set the table ach das ist die tür die nach vorne geht die blockiert ist ach die ist verschlossen ok das spiel läuft im großen ganzen echt viel besser nicht perfekt aber besser so so geirdis i've never known him a different man then Was ist jemand zu stoppen? Okay, da komme ich definitiv so normalerweise nicht drüber. Ich könnte es jetzt mal versuchen, das werde ich jetzt auch tun. Oh! Oh! Ah! Ja, der Boden ist nicht dafür ausgelegt, dass man darauf rumläuft. Hm, Feuerdammage. Interessant. Hm. 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 Ich traue dem ganzen nicht. Mit der automatischen Türöffner nicht schlecht. Ah. Ich weiß nicht, warum es da draußen so dunkel ist. Das hat der Ort an sich. Das liegt nicht an der Tageszeit. Das ist wirklich so. Wenn man nicht von dem Ort weg geht, dann wird es plötzlich alles klar und hell. Und dann, hm. Hm. Man kommt wieder zurück. Und, naja. Alles richtig, äh, dezette, rostlos. Die, die... Und, was weiß ich nicht, dass... Ich wollte. Ich wollte die Tasten drücken. Ah! Ja! Ah! 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 Die ist zu schnell. Ja, ich konnte nichts machen, die hingen mir immer auf der Pelle, hm. Naja, aber bislang läuft das doch ganz gut, also, ja, muss ich schon sagen, jetzt zeigt man keine Fehlermeldung an, also sieht das gut aus. Der Teil wird trotzdem, in Anführungsstrichen, etwas kürzer, weil ich dann schauen will, ob das auch wirklich gut funktioniert hat, bevor ich da lange Teile aufnehme und das dann nicht funktioniert und ich dann im Endeffekt der Gearschte bin. Naja, Vorteil ist natürlich, wenn ich es so mache, ich brauche es danach nicht nochmal kompartieren, ich brauche nicht nochmal Audio-Nachbearbeitung großartig machen, im Normalfall vielleicht ein bisschen lauter machen, aber sonst... Ugly bastard. Ich bin bereit. Ah! Ah, hier. Aufhorn ist wohl das Glückste. Ah, komm. So, jetzt muss ich kurz was nachschauen. Ach, ganz gut. Das brauche ich, glaube ich, vielleicht. Das heißt, wofür die gut sind. Ich habe mir das nie genau angeschaut. Ich wollte eigentlich hier aber schauen. Super. Wie nervig. Ja, das Problem ist, es ist relativ dunkel. Selbst mit meinem Fernseher, die ich schon auf Heller eingestellt habe. Obwohl, ich müsste den eigentlich noch ein Stück Kelle einstellen können. Ach, Quint Karten. Ja, jetzt gibt es ja das Throne Breaker. Interessiert mich persönlich gar nicht so. Ich glaube, das habe ich im letzten Teil schon gesagt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, weil einfach das Gwent, ähm, ja, ich finde es nett, aber ich brauche es jetzt nicht und, ja, mei. Es gibt doch eine Mod für Witcher 3, womit man quasi, äh, das, hä, warum hat der jetzt das ausgewegt gehabt? Verdammt, du bist dumm! Wie ist der Zustand? 59, dann werde ich das gleich machen. Ah! Ah, komm! Ah, okay! Ah! Ah! Ja, ja! 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 Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! 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 Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja es ruckelt aber ich glaube nicht dass das tatsächlich ein ding das ist der leuchtende gegenstand da hinten das witzige wahrheit ja da ist noch etwas ich will den brief ganz ich will aufnehmen porträt von porträt von iris und hier kappel 100 als ein alkohol hat sie nicht gefehlt sehr schön da ist noch ein regal war der ruckel ist ganz dezent ok ich glaube es hat das was bei windows schon gehabt hat dieses nachdem eine cutscene kommt fangt das spiel an zu ruckeln hört sich komisch an aber das habe ich tatsächlich bei windows gehabt dass dann wenn die cutscene gelaufen ist oder nachdem eine cutscene gelaufen ist dass da das spiel anfangen zu ruckeln deswegen ja ich finde das ja auch einen idealen ort mal wieder vor einer dunklen tür denn hier werde ich den teil ich hoffe es hat gefallen aber ja dann wird es nichts wieder einschalten dann werden wir sehen ob das so gut funktioniert hat mit der aufnahme ich hoffe es mal weil ich finde es echt sehr viel praktischer wie sonst